Wir schauen uns heute an, wie wir in Windows 7 die Benutzerkontensteuerung oder auf Englisch UAC, die User Account Control, deaktivieren können, weil sie doch immer recht nervig ist und auch manche Programme sogar glücklich an der Ausführung hindert. Dazu drücken wir auf der Tastatur die Windows-Taste und den Buchstaben R gleichzeitig. Dann öffnet sich hier das Ausführenfenster und dort geben wir dann ein ms-config und bestätigen das mit Enter. Dann öffnet sich die Systemkonfiguration und hier gehen wir dann auf Tools und sehen hier den Punkt UAC-Einstellungen ändern, also User Account Control, also zu deutsch die Benutzerkontensteuerung. Klicken drauf, klicken hier auf Starten und schieben den Regler hier von diesem Feld, das ist die Standardeinstellung, auf das Letzte, also auf Nie benachrichtigen. Bestätigen das mit OK und jetzt muss Windows noch neu gestartet werden, dann wird diese Änderung auch weg.